Willkommen Freunde zu einer neuen News-Ausgabe. Heute geht es unter anderem um den Dokumentationsfilm Game Changer, um Skyrim, um The Witcher 3, Everybody's Gone to the Rapture, nicht um GTA, dafür um Telltale Games, knüpft mehrere Kooperationen als Spiele veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Das alles jetzt gleich nach dem Intro. Freut euch! Und das war der offizielle TV-Spot zu The Witcher 3, den werdet ihr wahrscheinlich jetzt im Fernsehen öfter sehen. Der ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Wer sich fragt, was ein Monsterjäger denn so in seinem Beruf macht, er jagt natürlich Monster, die wiederum eine junge Frau über ein Feld jagen. Das ist der Berufsalltag eines professionellen Hexers und Monsterjägers. Außerdem gesellen sich dazu weitere Behind-the-Scenes-Videos, die wirklich auch sehr interessant sind und wer sich für die Hintergrundgeschichte und die Entwicklung des Titels interessiert, der sollte sich die auf jeden Fall mal angucken. Und ich würde sagen, wir bleiben beim Thema The Witcher 3, denn auf dem offiziellen Xbox-Kanal bei YouTube wurde jetzt ein neues Video gezeigt. Das zeigt eine gesamte Quest aus dem Prolog, nennt sich Precious Cargo und läuft in einer Auflösung von 1080p und mit 60 Bildern die Sekunde. Allerdings, wie der Kanal schon aussagt, Xbox, dachte man natürlich, dass das Gameplay-Material von einer Xbox One stammt. Allerdings wird auf der Xbox One der Titel nur in 900p mit 30 Bildern die Sekunde laufen. Bei der PS4 ist es eine Auflösung von 1080p, also eine native Auflösung von 1080p und 30 Bildern die Sekunde. Das Ganze hat für Verwirrung gesorgt, denn eigentlich kann das Video nur von dem PC stammen. Jetzt hat sich Microsoft auch dazu geäußert und gesagt, yo, es stammt wirklich von dem PC, wir haben das ein bisschen falsch kommuniziert. Aber egal, auf jeden Fall sieht der Titel wirklich interessant aus, sieht einfach genial aus und das Video demonstriert einfach mal, wie so eine normale Quest abläuft. Also einfach mal angucken. Das Adventure Everybody's Gone to the Rapture ist ja bekannterweise momentan schon in der Alpha-Phase. Entwickler The Chinese Room arbeitet ja gemeinsam mit Sony Computer Entertainment am letzten Feinschliff und an der Behebung von Bugs. Und jetzt gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der läuft wahrscheinlich hier gerade im Hintergrund. Der zeigt nochmal ein wenig mehr zu dem Spiel. Ihr bekommt neue Einblicke, sieht wirklich cool aus, kann ich mich nur wiederholen. Außerdem hört man einfach, dass man auch großen Wert auf eine passende Musikuntermalung legt. Dafür zuständig ist Jessica Curry, die hat zum Beispiel den Soundtrack für Dear Esther beigesteuert. Was meint ihr? Hört sich gut an, oder? Publisher und Entwickler Crytek möchte auf der diesjährigen E3 in Los Angeles im Juni ein neues Projekt vorstellen. Via Twitter hat man bekannt gegeben, dass dieses Projekt wirklich, Zitat, sehr gut werden soll. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, um was es sich da handelt. Momentan sucht man ja auch viele Entwickler für ein Geheimnisprojekt. Stelle ich mir sehr interessant vor, wenn man sich für ein Geheimnisprojekt bewirbt. Man weiß gar nicht, woran man dann arbeiten muss. Weitere Details dazu gibt es nicht. Allerdings habe ich ja vor einiger Zeit schon darüber berichtet, dass der Online-Versandhändler Amazon, ja, Crytek quasi gerettet hat. Vor dem Aus, vor dem Existenz-Aus und zwar mit einer kleinen, kleinen Geldspritze in Höhe von 50 bis 70 Millionen US-Dollar. Es könnte sein, dass man dann vielleicht momentan oder in späterer Zukunft oder in naher Zukunft an einem gemeinsamen Projekt arbeitet. Also Crytek und Amazon an einem Videospiel. Bin ich mal gespannt. Amazon hat ja auch schon seit einiger Zeit ein eigenes Entwicklerteam. Was meint ihr? Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Weitere Infos dazu arbeite ich dann auf der E3 im Juni. Hey du, willst du Skyrim komplett kostenlos spielen? Am Wochenende hast du die Möglichkeit dazu, denn bei Steam kannst du bis Sonntagabend um 22 Uhr Skyrim komplett kostenlos herunterladen und spielen. Danach würde es wieder ein paar Euro kosten. Aber ganz ehrlich, so teuer ist das Spiel nicht. Momentan ist allerdings das Hauptspiel samt aller DLCs auch reduziert. Die Standard Edition kostet 3,74 Euro, also kann sich, glaube ich, fast jeder leisten. Die Legendary Edition mit allen DLCs, also Dragonborn, Dawnguard, Half-Fire, kostet 10,19 Euro. Außerdem sind die einzelnen DLCs auch nochmal im Preis. Reduziert also, auf jeden Fall zuschlagen, mal ausprobieren. Wenn es euch gefällt, dann für 3,74 Euro kaufen. Das ist jetzt wirklich nicht viel Geld und das ist eines der besten Rollenspiele, die es gibt. Also, worauf haltet ihr noch? Los! Ihr habt wahrscheinlich schon von dem Dokumentarfilm Game Changer gehört. Das ist eine Dokumentation rund um die GTA-Reihe. Und jetzt hat der produzierende Sender BBC bekannt gegeben, wer die Hauptrolle, und zwar Sam Hauser, einer der Mitgründer von Rockstar Games, spielen wird. Und zwar kein geringerer als Harry Potter-Star Daniel Radcliffe. Finde ich gar nicht so schlecht. Was meint ihr, könnt ihr auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben. Beleuchtet werden soll eine Episode des Studios in der Geschichte, also in der Geschichte des Studios, in der ein Anwalt namens Jack Thompson versucht, ein Verbot der GTA-Reihe herbeizuführen. Jack Thompson, der Anwalt, wird von Bill Paxton gespielt. Den kennt man vielleicht schon aus Aliens oder Apollo 13. Außerdem hat man bei BBC jetzt nochmal ganz, ganz klar unterstrichen, es handelt sich dabei um keinen Gangster-Film mit einer GTA-Lizenz, sondern viel eher um, Zitat, einer faktenbasierendes TV-Drama. Hört sich interessant an. Was meint ihr? Ich habe das Gefühl, dass Entwickler Telltale Games momentan mehr Kooperationen knüpft, als Spiele veröffentlicht werden. Jetzt hat man schon wieder eine neue Kooperation bekannt gegeben, und zwar mit keinem geringeren als Marvel Entertainment. Marvel Entertainment hat ganz viele Rechte an diversen Superhelden, zum Beispiel Spider-Man, Avengers, Iron Man, Wolverine und so weiter und so fort. Und ja, einer dieser Superhelden könnte dann Protagonist in einem neuen Telltale Games Spiel werden. Allerdings soll das Spiel dann erst 2017 auf den Markt kommen, ist also noch ein bisschen hin. Erst vor einiger Zeit habe ich berichtet, dass das Filmstudio und Medienunternehmen Lionsgate auch eine kleine finanzielle Investition in Telltale Games getätigt hat. Und Ziel dieser gemeinsamen Zusammenarbeit soll es auch sein, neue Marken zu den bestehenden Filmen von Lionsgate dann zu entwickeln. Bin ich mal gespannt, aber vielleicht sollten ja auch mal wieder Spiele rausbringen, anstatt immer nur Kooperationen zu knüpfen. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht für uns Spieler. Nein, 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 wenn du Call of Duty Fan bist, dann darfst du auf jeden Fall noch dranbleiben, denn es gibt noch einen neuen Teaser-Trailer zu Call of Duty. Black Ops 3 nennt sich Ember Teaser und beleuchtet, beziehungsweise gibt erste Einblicke in das Szenario und die Geschichte von Black Ops 3. Das wird, also der Titel wird im Jahre 2065 angesiedelt sein und offiziell angekündigt wird der Titel dann im Livestream am kommenden Sonntag, den 26. April. Also dranbleiben, hier im Hintergrund nochmal, der Teaser-Trailer. Ah, das war's schon. Ja, perfekt. So, ich hab' Wochenende. Euch ein schönes Wochenende. Man sieht sich dann und, ja, ne, haltet den Daumen nach oben. Ciao. Der Entwickler Teaser-Games verknüpft mehrere Verknüpfungen als Verknüpfungen Verknüpfungen haben. Das ist bestimmt ein Outtake. Lass ihn einfach mal drin und ich mach' weiter. Willkommen, Freunde, zu einer... Willkommen, Freunde, zu einer neuen Game News. Heute geht es unter anderem um The Witcher 3. Everybody gantet den Webster. Willkommen, Freunde, zu einer neuen Game News.